Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um Psalm 83. Wir haben ja gesehen, dass in Hamageddon ein Treffen stattfindet. Und zwar ziehen von Norden die Könige von östlich des Euphrat nach Süden und fallen in Syrien ein und zerstören Damaskus. Zeitlich wird das gegen Ende der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche sein und kurz vor der Entrückung. Wir ziehen also nach Süden, nach Damaskus und zerstören Damaskus, wie in Jesaja 17 steht, dass Damaskus keine Stadt mehr sein wird. Die Feste Ephraims wird ein Steinhaufen sein. Es wird nichts mehr übrig bleiben von Damaskus. Davon hört der Antichrist auf seinem Feldzug in Nordafrika. Der hört Gerüchte von Norden und von Osten, weil Iran, Irak und östliche Gebiete davon vom Antichristen aus im Norden bzw. im Osten sind. Der hört also Gerüchte darüber, dass seine Hauptstadt Damaskus zerstört wurde und dass diese Könige von östlich des Euphrat sich gelagert haben in Hamageddon. Und dann schickt er aus falsche Geister wie Frösche, die der falsche Prophet und der Antichrist zu den Königen der Erde schicken, um sie zum großen Kampf zu versammeln. Das heißt also, er zieht alle Truppen, alle Fürsten, alle Könige, die unter seiner Herrschaft sind, zusammen nach Hamageddon, um dort gegen den Assyrer oder die Könige vom Osten, vom Euphrat zu kämpfen. Die stehen sich dann gegenüber in Hamageddon. Und der große Showdown steht kurz bevor. Ein riesiges Heer, ja. 100 Millionen Soldaten, sagt die Offenbarung, stehen sich dann in Hamageddon gegenüber. Aber es kommt nicht zur Schlacht. Die Schlacht von Hamageddon fällt aus. In der Bibel steht nur, dass dort die Könige gesammelt werden. Aber es steht nichts davon, dass dort eine Schlacht stattfindet. Und die große Frage ist jetzt, und das ist tatsächlich auch eine Vermutung von mir, welches Ereignis wäre groß genug, um diese gigantische Schlacht aufzuhalten und nicht stattfinden zu lassen. Und da würde ich die Entrückung einsetzen. Wenn die Gemeinde Jesu entrückt wird, wenn die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, die dreieinhalb Tage, prophetische Tage, nämlich dreieinhalb Jahre in Jerusalem, unbegraben auf den Gassen der Stadt gelegen haben, wenn die auf ihre Füße treten und wenn denen gesagt wird, kommt herauf und die werden dann hinauf entrückt. Und zwar nicht nur die beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, die an Jesus Christus geglaubt haben und deswegen wiedergeboren waren und zur Gemeinde Jesu gehören, sondern alle Menschen weltweit, die an Jesus geglaubt haben, alle Menschen weltweit, die wiedergeboren sind, alle Menschen weltweit, die zur Gemeinde Jesu gehören, auch aus den Heiden werden, aus den Gräbern auferstehen und werden hinaufgerückt in den Himmel. Das ist so groß, so gigantisch, dass selbst diese beiden riesigen Heere, die sich da gegenüberstehen, verwundert umschauen und eigentlich total perplex sind. Und sie sehen insbesondere, dass diese beiden Zeugen, das Haus David und die Bürger Jerusalems, hinaufgerückt werden in Wolken, denn in der Offenbarung steht in Kapitel 11 und ihre Feinde sahen sie. Das sind die Feinde, die sich in Hamageddon gelagert haben. Und dann zieht der Antichrist, der rückt dann von dieser Schlacht in Hamageddon oder diesem Treffen in Hamageddon, rückt der ab und zieht nach Süden gegen Jerusalem, um Jerusalem zum letzten Mal zu vernichten. Und die Könige vom Euphrat, die ziehen dem nach. Und dann ist das in Erfüllung getreten oder kommt das in Erfüllung, was in der Bibel steht, dass Gott alle Heiden, alle Völker, alle Nationen gegen Jerusalem versammeln will. Nicht gegen Israel, sondern gegen Jerusalem. Und die ziehen dann nach Jerusalem hinauf, um Jerusalem zu zerstören. Die brechen nochmal in die Stadt hinein. Da werden nochmal Menschen gefangen geführt, die sich dort verschanzt haben. Denn ein Teil des Volkes Israel, ein Teil der Juden, die die Entrückung gesehen haben, die geben Ehre dem Gott des Himmels, sagt Offenbarung 11. Das heißt, die fallen vom Antichristen ab, so wie Ton und Eisen nicht aneinander halten kann und flüchten sich dann in die zerstörte Stadt Jerusalem und verschanzen sich dort und schreien zu Gott um Hilfe und um Bewahrung. Und dann bricht der Antichrist zusammen mit den Königen vom Osten nochmal in die Stadt. Da werden nochmal Menschen gefangen geführt aus der Stadt Jerusalem. Da werden nochmal die Weiber geschändet und die Häuser aufgebrochen. Das ist eine ganz grauslige Sache. Und dann kommt Jesus Christus wieder auf den Ölberg, vom Himmel herab auf den Ölberg. Und zwar mit der Gemeinde, um sein Reich aufzurichten. Das ist dann der Tag des Zornes Gottes. Der wird dann den Antichristen vernichten, wenn in Offenbarung 11, Vers 15 steht, dass der Antichrist umkommt bei der Belagerung des Werten heiligen Berges. Und der wird den Assyrer, die Könige von Osten, von Jerusalem wegdrängen und wegjagen bis nach Hamageddon und die dort niederlegen. Und dort werden sie verfaulen, sagt die Bibel. Und dann wird Jerusalem befreit sein und wird die Königsstadt Jesu Christi sein. Und dieser ganz kleine, letzte, geringe Überrest, der dann in Jerusalem übrig geblieben ist, mit dem wird Gott sein Millennium aufbauen. Das ist dann aber nur noch ein Bruchteil des heutigen jüdischen Volkes. Der andere Teil des jüdischen Volkes, der wird umkommen. In Zachariah steht, zwei Drittel von Israel werden umkommen und das letzte Drittel wird nochmal geläutert und gesiebt und gereinigt werden. Und das passiert, wenn der Antichrist und die Könige vom Osten nochmal nach Jerusalem einbrechen und die Stadt erobern und diese Menschen dann zum Teil töten, zum Teil schänden und zum Teil auch wegführen in eine neuerliche assyrische Gefangenschaft. Wenn Jesus Christus dann wiedergekommen ist, dann wird er diese Menschen auch zu sich holen und wird die wieder in Jerusalem sammeln. Und das sind die Texte, die heute die evangelikalen Ausleger immer auf die Sammlung des Volkes Israel zur jetzigen Zeit missdeuten. Da gibt es ja viele Bibelstellen, die davon sprechen, dass Israel wieder gesammelt wird und das bezieht man immer auf die Aliyah, auf diese Sammlung Israels und die Sammlung der Juden aus allen Völkern, auf die heutige Zeit. Aber diese Stellen beziehen sich eigentlich dann auf diese aller, allerletzte Zeit innerhalb der 70. Jahrwoche. Oder man muss eigentlich sagen, noch später, die sind am Anfang des Millenniums, da sammelt Gott in Christus, der dann König wird über die ganze Welt, sammelt diese Israeliten, die dann zerstreut worden sind von Jerusalem unter die Völker. Und von dieser Begebenheit spricht der Psalm 83. Den lese ich jetzt kurz vor. Ein Psalmlied Asaphs Gott schweige doch nicht also und sei doch nicht so still. Gott halte doch nicht so inne. Denn siehe, deine Feinde toben und die, die hassen, richten den Kopf auf. Sie machen listige Anschläge gegen dein Volk und ratschlagen wieder deine Verborgenen. Wohlher, sprechen sie, lasst uns sie ausrotten, dass sie kein Volk seien, dass des Namens Israel nicht mehr gedacht werde. Denn sie haben sich miteinander vereinigt und einen Bund wieder dicht gemacht. Die Hütten der Edomiter und Ismailiter, der Moabiter und Hagariter, der Gebaliter, Ammoniter und Amalekiter, die Philister samt denen zu Tyrus. Assur hat sich auch zu ihnen geschlagen. Sie helfen den Kindern Lot. Tue ihnen wie den Midianitern, wie Siserah, wie Jabin am Bach Kison, die vertilt wurden bei Endor und wurden zu Kot auf der Erde. Mache ihre Fürsten wie Oreb und Seb, alle ihre Obersten wie Seba und Salmuna, die da sagen, wir wollen die Häuser Gottes einnehmen. Gott, mache sie wie einen Wirbel, wie Stoppeln vor dem Winde, wie ein Feuer den Wald verbrennt und wie eine Flamme den Berg anzündet. Also verfolge sie mit deinem Wetter und erschrecke sie mit deinem Ungewitter. Mache ihr Angesicht voll Schande, dass sie nach deinem Namen fragen müssen, o Herr. Schämen müssen sie sich und erschrecken auf immer und zu Schanden werden und umkommen. So werden sie erkennen, dass du mit deinem Namen heißest Herr allein und der Höchste in aller Welt. Dort steht, dass alle Völker sich versammeln gegen Jerusalem und dass auch Assur ihnen seinen Arm leiht und sich zu diesen Heidenvölkern dazugesellt. Und dann ist die Rede von Oreb und Seb und von Seba und Salmuna. Man sieht plötzlich, dass dort auch diese alttestamentlichen Pärchen wieder auftreten. Jabin und Sisera, Seba und Salmuna, Oreb und Seb und in der Endzeit der Antichrist und der falsche Prophet. Und weil in dieser letzten 70. Jahrwoche, also gegen Ende dieser letzten 70. Jahrwoche, beide, nämlich Assur und der Antichrist gemeinsam mit dem falschen Propheten nach Jerusalem ziehen, ist das in Psalm 83 so formuliert. Da finden wir nämlich auch Assur und wir finden drei dieser Doppelpärchen aus dem Alten Testament, die prophetisch für den Antichristen und den falschen Prophet stehen in der letzten Zeit. Was ich damit sagen will, ist, dass der Psalm 83 eine weitere Bestätigung ist dessen, was ich schon in früheren Videos über Hamageddon gesagt habe und über das Aufeinandertreffen der Könige vom Osten einerseits und der Heere des Antichristen und des falschen Propheten andererseits und dass diese zusammen Jerusalem belagern. Und genau das steht im Psalm 83. Genau diese Figuren findet man da. Man findet Assur, man findet alle Länder, die um Israel herum angesiedelt sind und man findet dieses Endzeit, diese Endzeitpärchen oder diese alttestamentlichen Pärchen, Oreb und Seb, Seba und Salmuna etc., die ein Bild sind auf dieses endzeitliche Pärchen des Antichristen und des falschen Propheten. Also es ist frappierend, was man da sieht in diesem Psalm 83 und da ist eigentlich eine weitere Bestätigung dessen, was wir bisher schon über Hamageddon gesehen haben. Wie gesagt, es ist mir sehr wichtig, dass man das überall auch andockt an die einzelnen Passagen in der Bibel und der biblischen Prophetie, damit das nicht irgendwie zusammengereimt ist, sondern dass man sehen kann, diese Strukturen, die wir bisher erarbeitet haben, die passen an allen möglichen Enden und sogar hier im Psalm 83 ein weiteres Puzzleteil, was man da zusammensetzen kann und sich so ein komplettes Bild ergibt in diesem ganzen endzeitlichen Reigen, den wir haben. Also mir ging das, das ist praktisch eine Beweisführung, die ich hier mache und zeige auf dem Psalm 83 und sage, seht man, in diesem Psalm sind genau die Strukturen erwähnt, die wir in den vorigen Videos schon erarbeitet haben bezüglich Hamageddon. Das war mal so der kleine Hinweis, wenn du Zeit hast, lest den Psalm 83 mal in Ruhe und gleich den ein bisschen ab mit dem, was wir bisher wissen über Hamageddon und da werdet ihr sicher sehr viel Interessantes finden. Soweit in aller Kürze. Ich danke fürs Einschalten, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Soweit in aller Kürze.